Hallo, wir laufen hier gerade zu einer Vorlesung. Wir sind wieder mal ein bisschen spät, haben zu lange gelernt. Das ist halt nochmal so, wenn man anfängt zu rechnen und sich nicht mehr loslösen kann. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues im Studium. Passiert auch nicht wirklich viel, weil alle sind am Lernen. Und in Vorlesungen gibt es auch nicht wirklich was Neues, weil da jetzt einfach nur noch wiederholt wird. Und ja, also ein bisschen Prüfungsverbereitung. Sonst Endspurt, eineinhalb Wochen noch und dann ist schon die erste Prüfung, die erste schriftliche. Und das ist TGU, Technik, Gesellschaft und Umwelt. Und ja, ist jetzt nicht so wild. Das ist ja so eins der Fächer, die man so... Im Vergleich zum letzten Semester läuft alles genauso. Man hat sich jetzt so ein bisschen eingearbeitet. Wann fängt man an zu lernen? Wie macht man das? Und ja, so wird es auch gemacht. Willst du das auch noch, oder? Tschüss! Ja, wir machen das mal. Ach, wir machen das mal. Untertitelung. BR 2018